Jo da bin ich wieder und zwar habe ich ja gesagt es geht ja hier um WD40 und zwar was man damit alles so machen kann also hier mit dem WD40 habe ich ja gesagt gehabt was das alles so macht auf Kunststoff, das wusste ich vorher auch noch nicht krass jetzt nur noch irgendwie abtrocknen und dann so mal durch ja schon krass das bringt den Kunststoff wieder zum glänzen weil das wollte ich euch damit eigentlich zeigen das bringt den Kunststoff wieder zum glänzen aber wie krass so nach irgendwie abtrocknen und ich wünsche ja so krass das Zeug Jo dann ja Moment kurz ein Soundcheck dass er noch geht der Roller Ja und der Funkstum ja jetzt noch Er will ja nicht drehen, nicht mehr drassen, aber das reicht ja. Ja, dann bist die Tage. Oh man, er misst die Tage mal Leute, haut herein.